Der Blocher mit dem Toni, seinem Pflegesohn, fragt sich ob Regieren oder ob Position. Was es bräuchte, wär ein neuer SVP-Spitzemann. Nur wär's noch gut, wenn Selle eine eigene Hirne dürfte haben. Beim Stromausfall in Zürich bleiben Leute im Lift hängen, drei Stunden warten, zwischen hoffen und auch bangen. Doch im Tage haben sie mir gesagt, so habe ich es verstanden, dass zwei drei Stunden auf der Rolltreppe seien gestanden. Alles geht kaputt, nichts mehr gepflegt, nur Neues angeschafft. Es ist schon schlimm mit dieser Wegwerfgesellschaft. Nach einem Jahr ist mein Fernsehen hin, ich finde das tragisch. Ich habe auf die helle Basel den Stingeli gesehen, aber der Ton nur auf Jugoslawisch. Seit am 11.11.11. bin ich vermehlt. Damit ich es nicht vergesse, habe ich das Datum gewählt. Doch weil es so viel Ehe scheitern, so habe ich gerade reagiert und der 12.12. beim Gericht schon reserviert. Und wenn du willst, wenn du nach Tibet gehst, musst du einfach ins Himalaya gehen. Da meint es ohne Jeti. Verklemmi. Da meint es ohne Jeti, hinter am Tisch, verklemmi. Für uns zwei bleibt das einfach. Immer und ewig klemmi. Alle zusammen. Anstatt für das freie Tibet demonstrieren, wo man ein gescheites Klemmi-Schild wieder montieren. Danke. 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 Danke.